Ey Bro, hey was geht? Ich hab gestern Magic Mike geguckt. Kennst du diesen Magic Mike Film, diesen Sripty, Midtube, Sripty so? Und am Ende kommt Pony und alle Frauen so, oh mein Gott, Jay and Clayton zieht dich aus, oh mein Gott! Jetzt haben wir euch mal ein Lied gemacht, wir haben uns was überlegt. Und zwar das, was sich Männer wirklich über eine Frau vorstellen. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann meld dich bei mir, bitte. Weil wir sind keine Player so, das denken viele. Ich bin kein Player und suche ein Mädchen, Mädchen, die so gut kochen kann, dass ich nicht mehr ohne sie kann. Ich bin nicht anspruchsvoll, denn ich habe alles, alles. Komm, ich zeig dir was. Also komm, komm in meiner Küche. In meiner Küche will ich Sucuk mit Eier. Also Baby, bitte meld dich bei dem Geier. Geier. Geier! Bis zum nächsten Mal.